...und 20. Februar, der Geiger oder Trägermann wollte mit dem Ruf zugelassen. Plötzlich gab es ein komisches Geräusch. Die Familie hat nun vier, sechs Meter in die Tiefen. Kurz vor dem Boden griff dann eine automatische Noblerkse ein. Der Aufprall war so nüftig, dass der Mann schwer, groß wie faul, leicht verletzt worden. Wie gut verursacht er ist. Guten Tag. Angela Schäfer, guten Tag. Das Klimapaket der Bundesregierung soll heute die letzte Hürde lieben. Der Bundesrat stimmt aber auch. Er hat die Tiefen in Madrid und die Tiefen. Unter anderem der Weg für billige Euro- und Tickets zu gehen. Für die Bestellung die Länder über die Masern empfiehlt haben. In der Berater-Affäre im Verteidigungsministerium gibt es neue Fälle. Wie die ARD berichtet soll, die Daten auf dem Handy von Ex-Ministerin von der Leyen. Dieiums sind wahrscheinlich wirklich sehr auf Animation und die districts in der Leyen für紀 increase. Das sind die搞enden Verteidigungsindustrie. Sie meinen coopern auf dem Handy belegt nach der Christen abortert.